So, pass auf, jetzt haben wir da schon mal eine Zweierhöhe. Wenn wir jetzt hier hochgehen, haben wir das Problem, dass wir hier nicht mehr rüberkommen, oder? Na, da kommen wir nicht mehr durch. Okay. Weil ich würde ganz gerne das hier nochmal rauspacken. Sollte eigentlich jetzt besser werden. Gucken wir schnell. Dafür reicht es ja nicht. Okay. Oh, oh, no! Oh, Schmerzen. Okay. Da kommt schon wieder so ein Flieger. Von wo? Von Osten. Oh, hinter uns ist eine Elfe. Ja, aber die kriegen wir, oder? Ich denke schon. Das versuchen wir jetzt einfach. Ach, ich bin schon tot. Ich schieße immer noch weiter drauf. Ja, ich auch immer. Mensch. Ein Kleidförler. Nee, die sind kein Problem mehr. Aber wo sind jetzt der Flieger? Ein Kleidförler? Ja, Crash. Du hast da fast... Ein Kleidförler, das... Es muss schon gehen. Also so viel Rohstoffe brauchen wir schon. Also... Unsere... Also muss man... Muss man ganz ehrlich sagen. Auch unsere VIPs kriegen was zum Anziehen. Ja. Auch wenn ihr das anders gehört habt. Das ist so. Ja. Unsere VIPs bekommen auch Kleidung. Kein Problem. Machen wir alles. Ja. Wir haben da... Wir haben da eine super Näherei da drin. Und... Machen wir das einfach selber. Legt ihr doch die Getränke unten in die Leiste. Loki! Super Idee. Aber ich habe meistens immer nur eins auf Vorrat. Und ins Crafty-Kings dann meistens auch gleich. Das ist total dämlich. Stützpfeiler für... Aber in einer gewissen Höhe? Ja, ich glaube auch. Ich glaube... Ich wundere mich, dass das jetzt noch steht. Aber ich würde oben gerne nochmal um zwei Ebenen in die Breite gehen. Einfach damit wir mehr Platz haben für alles. Ich glaube, das brauchen wir irgendwann. Boah, der Baum ist ja ewig ergiebig so. Ich wollte gerade sagen, der hört ja gar nicht mehr auf. Aber jetzt können wir dann eh gleich einpacken. Jetzt ist es rum. Wie viel Holz hat man jetzt eigentlich dabei? 72. Okay. Also es geht jetzt eigentlich. Muss man sagen. Ich glaube, ich kann jetzt die Schmelze. Du kannst die Schmelze? Oh, wie super. Dann ab nach vorne. Ab durch die Mitte, meine Lieben. Da kommt dann irgendwie... Müssen wir mal schauen, ob man da nicht... Ja, ich gucke gleich mal was hat. Dass wir da eine Tür vielleicht noch reinbekommen. Das weiß ich noch nicht, ob das geht. Ein Klaus. Machen wir mal. Okay, zehn Steine brauche ich noch das. Kriegen wir hier eine Tür rein? Das wäre mal... Das wäre so mal eine Überlegung wert. Hier könnte man eine draufbauen. Ob ich mir hier noch eine dazu... Ja! Nee. Das können wir nur in der Höhe bauen. Und da ist es total dämlich. Ist auch blöd. Hier, da müssen wir vielleicht nochmal umbauen. Das machen wir nochmal weg. Pass auf. Wir machen folgendes. Wir machen jetzt erstmal folgendes. Wir machen jetzt hier... Nee, kein Dach drauf. Ich will jetzt hier erstmal eine Wand reinbauen. So. Und dann machen wir jetzt folgendes. Dann kommt hier oben... Erstmal hier nochmal was hin. Oh, schmelzt es schon durch. So. Pass auf. Dann machen wir das hier nochmal weg. Dann geht das nämlich hier oben rein. Okay. Dann machen wir jetzt folgendes. Dann kommt jetzt hier nochmal eine Wand rein. Und jetzt bauen wir noch ein Fenster ein. Weil sonst ist ja hier zappenduster. Und dann kommt hier jetzt weiter auf. Jetzt haben wir das schon mal. Level 8. Wow. Voll gut. Machen wir hier erstmal zu. Und jetzt kommt Fenster rein. So. Ein paar Fensterchen. Nicht viele, aber hey. Immerhin können wir mal gucken. So. Ah, Hallöchen. So. Okay. Jetzt die große Magiefrage. Was können wir mit den Skillpunkten, die wir jetzt haben, was können wir damit eigentlich anfangen? Also entweder Damage. Den möchte ich aber nicht. Ich möchte mehr zum Mitnehmen haben. Knowledge. Ah. Ein Solomon's Head. Sehr gut. Ich möchte... Da. Eine Fackel. Und eine Flagge. Oder hat das andere schon gemacht? Was können wir hier nochmal? Zwei. Kostet alles jetzt zwei, ne? Das kostet eins. Requires Forge. Das machen wir mal. Dann können wir nämlich die Forge auch nutzen. Oh, es wird hell. Wohin wir mal. Ah, da ist die Forge. Okay. Interact. Iron Ingot. Wir haben nix, ne? Wir haben gar nix. Okay, pass auf. Wir machen folgendes. Ich hole jetzt mal Eisen. Weil Eisen ist jetzt quasi das Ziel. Und Stone brauchen wir ja mit Sicherheit auch noch bald. Ja, Skeff. Wie schaut's bei dir aus? Wir brauchen dich, Kumpel. Kann man Tiere... Ilona, Tiere kann man zähmen. Du kannst irgendwie scheinbar Tiere mitnehmen. Aber ich frage mich bitte noch nicht wie. Ich weiß es auch noch nicht so genau. Oh, ich muss jetzt mal... Ich muss jetzt ganz kurz... Eine Stunde 50. Ja, oh, das wird voll ganz schön knapp. Habe ich jetzt... Warte mal ganz kurz, bevor wir jetzt weitermachen. Iron Ore haben wir drei. Gucken wir mal schnell. Ein Iron Ingot können wir schon herstellen. Machen wir mal. Ne, wollen wir nicht abbrechen. Pass auf, ich trinke jetzt mal ein Schlückchen. Wollen wir erst mal ein Tisschen noch füllen. Huch, das ist aber ganz schön voll, Mensch. Wer schmeckt? Super. Erstmal ein frisches, kühles Nass. Aber hier kriegen wir hauptsächlich Stone raus, ne? Aber ich dachte, wir haben vorhin auch ein Iron Rauch. Ja, Iron Ore, eins. Viel geht da ja nicht, ne? Prost! Dankeschön! Ja, endlich, ja. Trink auch weiter. Ich bin multitasking. Multitasking, meine Lieben. Äh, Holla, da kommt ein Bär. Er rennt aber weg. Ich glaube, er hat Schiss. Und er ist unfassbar leise. Oh, Kaiji. Musst du gehen? Er macht nix. Keine Sorge, der Stream kommt auf YouTube. Also, hier. Demnächst! Bei Ihnen auf dieser Plattform, die so schön ist. So, haben wir hier noch irgendwas, was wir machen können? Auch nix. Dann machen wir jetzt folgendes. Dann machen wir jetzt erstmal Licht rein. Ah, warte mal. Kann ich jetzt schon... Ne, noch nicht. Dekor. Ah. Aber wir brauchen auch Iron dafür. Ah, Wahnsinn. Guck mal, hier so eine hängende Flagge hinbauen oder sowas. Ah, wie mega. Ein Level-12-Bär. Dem will ich mich gerade irgendwie nicht anlegen. Ach, ne, warte mal. Ich muss ja erstmal ein bisschen was verbraten von dem Zeug. Lass mal kurz, ähm... Ich muss mal ein bisschen was droppen. Ich kann momentan nix mehr anpacken. So, pass auf. Ich brauche noch Wood. Äh, Holla, hast du noch 14 Wood? Hm, er bleibt uns direkt. 14 Wood? Der oberen Beutel. In beiden. Ah, super, dann geht. Können wir nicht nehmen? Okay. Kann ich das alles markieren? Oh, Kisten. Ich habe mal alles reingepackt. Jo. So, jetzt können wir dann erstmal in Ruhe weitermachen. Äh, Holla, weißt du, ob es hier in der Nähe irgendwie spezielle Eisenflöße gibt? Ich habe gerade schon mal geguckt, äh, die sind auch auf Bergen, so wie bei Ark. Ähm, ich habe im Westen einmal geguckt, da war nix. Mhm. Vielleicht mal Richtung Osten weitergucken. Na, pass auf, dann gehe ich mal Richtung Osten ein bisschen die Straße vor oder den Hügel hoch und guck mal, aber jetzt würde ich sagen, erlegen wir doch erst den Bären, ne? So, dann machen wir mal auf die Wanderlust. Ein Wanderzwerg. Das nimmt man natürlich alles mit. Ich lauf mal Richtung Norden und guck, ob da was ist. Alles klar. So, das nimmt man natürlich auch mit. Das Yellow ist wichtig. Wir brauchen eigentlich alles, was so kräutermäßig hier unterwegs ist. Wer weiß, was man mal irgendwann, wofür das mal wichtig werden könnte. So, immer weiter hoch. Vielleicht gehen wir wirklich straight nach Osten. Ah, pass auf, wir machen das folgendermaßen. Äh, kann ich jetzt, warte mal, kann ich nochmal, d-d-d-crafting? Loh, machen wir, äh, wenn wir craften können, machen wir es gleich. Weil dann haben wir vielleicht was weg. Oh. Das ist aber irgendwie unglücklich. Weil die sind nämlich ein bisschen zu stark. Die umlaufen wir rechts rum. Wir können ja zum Glück ein bisschen momentan, können wir ja was machen. Richtung Turm da hoch. Die Straße runter. Warte mal, guck mal auf die Karte. Was kommt hier? Ja, wenn du die Straße hier folgst, ist, da ist Holler. Dann machen wir mal folgendermaßen. Wir gehen jetzt mal hier rechts weiter. Lassen wir mal den Weg weiter folgen. Vor allem immer schön einlooten. Weil selbst wenn es nichts zu finden gibt. Ist doch völlig okay, ne? Ist doch völlig okay. Du willst mich nicht angreifen. Da hinten ist unser Haus übrigens. Da hinten ist Holler. Sehen wir in der Ferne. Und hier ist irgendwie so eine Art Turm. Ich weiß nicht, was man da machen kann, aber ich will auf jeden Fall da hin. Gucken wir mal schnell. Steine oder? Ah, immer noch sehr viel Stein. Hier unten ist eine Höhle. Ja, hier unten sind Höhlen. Und wir bleiben hier oben. Ich will zu diesem Turm hier hinter.